Das ist doch so ein winziges Ding, aber da kannst du nix machen mit. Da machst du halt nix mit. Oh, greif mich an. Da hab ich gesehen, wie man ich da stehen hab, ihr Idioten. Wie wir im General da stehen, ne? Wir haben jetzt hier eine kleine Massenschlacht mit allem, was die Schweiz aufbringen kann. Ich schneid's auf Eroberung, wirf da alles mit rein. Und das, was die Schweiz aufbringen kann, ist mehr, als ich gerade da hab. Ja, fick dich doch. Mal gucken, kann ich da irgendwelche generelle zuweisen? Nein. Natürlich nicht, aber da kommen nochmal 150.000 Mann. Und das, das ich da oben gewonnen hab, bringt mir jetzt halt nix. Nur dünn. Kommen die noch rechtzeitig darüber. Kommen die noch rechtzeitig darüber. Ich hab hier nicht, aber das suchen wir halt mal. Die kommen sowieso nicht rechtzeitig darüber. Das kannst du komplett vergessen. Das sieht nicht gut aus. Und dann, wenn du so viel abziehen, dann fahr ich gleich mit dem Kopf zu leben. Nö, die sind einfach abgehauen. Da fick dich doch. Hauptsache, man kann die Kriegspunkte geben, ne? Na. Das hat man gerne. Uff. Wollen wir uns abschieben jetzt nicht, bitte? Hier geht nur noch Presse. Ah, die kommen nicht mehr rechtzeitig. Komm die noch rechtzeitig an. Das wär schön. Wirklich recht toll wär das. Macht mal schneller. Na, vielleicht kommen sie noch rechtzeitig an. Die anderen haben schon gar keine Lust mir zu helfen. Ich seh schon. Ich guck dich nicht mehr rechtzeitig an, ne? Ich fürchte nein. Scheiße. Dann wissen wir, was sie müssen gemacht. Und Twente gewonnen? Dann... muss ich den Stick erstmal so ein bisschen... Hallo? Lass die dich mal ausmachen. hab ich noch zwei nicht, dass ich gleich mal ein gesamtes Deck da wegsnecke 60% Beteiligung, das soll ich doch was bekommen, oder? das soll ich doch auch so als mal von dem Spiel was bekommen weiß man nicht so genau hab ich da noch irgendwo ein Plätzchen wo ihr stehen könnt ja, ob er marschiert das mal würde ich mal dahin marschieren oder gelden gewonnen? oder gelden gewonnen ich bekomme nichts von mir ich will euch töten wenn ich nichts bekomme ich kann mich nicht töten das ist das Problem Schirm weggewonnen so gleich mal wieder aufeinander stecken lass ich die mal da stehen hier ihr zieht euch mal so ein bisschen zurück nicht dass ihr doch noch verschwindet jetzt weiter ich hab mal ich hab mal so viele Grundreserve das spielt überhaupt keine Rolle die Uhr sage ich mal gleich Schluss ich würde sagen ich will das Jahr noch zu Ende aber wer weiß wie lange das Jahr noch dauert wer weiß wie lange das Jahr noch dauert ohne Ende Ansprüche ich hab mich auf diesen eine Feld nicht kann Leck mich doch Jetzt lecke ich mich doch im Arsch Einmal noch Verlust drauf und einmal noch Urlast Passt schon Die Gitarren zurückziehen Bei stabilen 60% Und zu sagen was du willst Ich will diesen fetten Stack mal aufteilen Das verbrennt ja mir zu viel, der Kuchen ist selber Apropos Stacks aufteilen Muss ich auch mal da Stacks aufteilen Mensch wie viel sind denn noch drin Halbe Armee Perfekt So Maserin hat schon gar keinen Bock mehr Wie können die noch Bock haben? Mal gucken Das ist der da unten bei der Span- Ne, die möchte ich gerade nicht abziehen Äh hier Ne Grad nicht Fuck Von Fressen ist gewonnen Maschieren wir nach da unten Wobei Da steht schon irgendwie Ja das ist auch Ja das ist auch Okay alles easy Alles easy Ich hoffe noch ich bekommen ordentlich Zeug Aber perfekt Was ich zunächst vorgebringt Kannst du Elegant dadurch Natürlich Ich glaub zwar nicht, dass ich das brauche Aber Lass mal Mal sicher gehen Mal sicher gehen Das ist ja immer so ein bisschen ein Problem Und die nicht immer steht mal weiter Brauche ich den noch Brauche ich den noch Ich brauche den glaube ich nicht Aber Besser 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 Wir gehen auch nur mal sicher Ne So die Schweiz ist noch ein bisschen ein Problem Aber Ja Ist Köln noch Bock? Oder so Köln hat auch nur deswegen noch Bock Weil Moment Lauf mal nach da Köln hat nur deswegen noch Bock Weil ich noch mit denen kämpfe Hat sie jetzt gerade aber erledigt Mal wegmarschieren Schmalz Danke Das ist ja lieb von dir Ich glaube das wird mit dem Cluster verenden Das wird sowas von Mit dem Cluster verenden So ab nach Prag Habe ich noch ordentlich Beteiligungen Ja 49 Prozent Das sollte sicherstellen Dass ich ordentlich was bekomme Habe ich Das wäre mir bei der KI-Mann nicht so genau Diese Form habe ich alle Da kommt auch nichts mehr So Gleich eins Schauen wir mal Ob wir das ja noch rum bekommen Moment ich habe noch was vergessen Ich vollidiot Naja das ist was anderes So jetzt schon mal Damit die Typen mir nicht alles wegsetzen Aber die müssten mir das alles überstellen glaube ich Hoffe ich Nehme ich an Vielleicht Was weiß ich wie die KI denkt Mit man das noch im Land Ich habe da gar keine Ansprüche drauf Ist ja unerhört Sollen wir mal korrigieren Sie heißt noch gar nicht rum Ich bin nur noch im selben Jahr wie vor irgendwie Ja Oder ob wir mal Bremen ordentlich Mal gucken, übergeben die mir das oder behalten die das nur um mich zu ficken Das gehört mir schon, da kreuz ich Truppen die ich nicht kreuzen will Die Schweizer hat noch verdammt viele Truppen überall rum eiern Ne, kreuz ich wieder deren Truppen Gehen wir einfach mal dahin Mal gucken, gehe ich da auch irgendwie sinnvoll Geh erstmal dahin Auf dass sie da erstmal weg gehen mögen Ja, sie sind weg Kommen die wieder Jetzt kommen die wieder, glaubst du es Von Deutschland besetzt Hmmmm Wenn du noch 6% ist, dann ist schlecht Wenn die irgendwo einen Großkriegenkampf, wollte ich auf einmal alle so beeilen Da ist der Geil, was die da brauchen Ah Ja, aber Man sollte ihnen ja nicht so sehr helfen Die machen nur wieder Scheiße Ja Oder wie behalten das alles Auch besetzt Wo sind wir noch Truppen Die einen da oben rum Oh, da ist ja alles rum Ja, ist tatsächlich rumgegangen Ja Ich schließe einen separat für ihn Komm, ich kenne da was Ja, so wie gar nichts Oh Gott Bitte sagt mir das Spiel das nicht Glaube ich verliere gleich 100.000 Mann Ne, meine 2 Stacks existieren tatsächlich noch Verrückter Scheiß Verrückter Scheiß Die existieren tatsächlich noch Ja, ob ich eine Anführung nicht mehr zu meisen kann Den Hafner Ja, jetzt sind die Pizze nicht sicher Oder die Pizze Ja, go Ja, Also mit dann wird es wieder ordentlich mehr ich habe überall ansprüche also ansprüche sollten es definitiv nicht sein so könnten wir bremen vielleicht mal rausnehmen wenn wir schon mal zeug integrieren kann nein wohl nicht ich habe vergesst mein steck da weg zu ziehen diesmal wird er doch vermutlich geschluckt werden nein er lebt immer noch will ich mich mal nicht beschweren oder irgendwie schluss machen was ist mein steck jetzt hingelaufen